Selektra ist seit über 50 Jahren der führende Pausenverpfleger in der ganzen Schweiz und man kennt uns natürlich auch von jedem Bahnhof mit den roten Automaten. Neu aber präsentieren wir exklusiv hier an der Olma das Starbucks Corner Café Konzept. Wir bringen den Starbucks ins Büro und dann kann man jeden Tag einen feinen Chai-Tea-Latte probieren, einen feinen Latte Macchiato und natürlich auch einen feinen Choki. Wir freuen uns über jeden Besuch hier und beraten uns natürlich gerne vor Ort.